Die Juli-Highlights auf Gute Laune TV. In der Sendung vom Newcomer zum Star stellen wir Künstler in den Mittelpunkt, die es geschafft haben. Diesmal präsentiert Moderator Benni Schnier die Anfänge und den musikalischen Werdegang der Cappuccinos. Von Anfang an haben wir die sympathischen Jungs begleitet und daraus eine interessante, spannende und wunderschöne Sendung gezaubert. Archivaufnahmen, zahlreiche Schmuckstücke und aktuelles von der Schlager Boy Group Cappuccinos. Am 6. Juli um 20 Uhr. Sommer, Sonne, Sonnenschein und dazu die passenden Musikstücke, die Sie selbst aussuchen. Das gibt es nur auf Gute Laune TV. Seien Sie Programmchef und wählen Sie Ihre eigene Musik bei den Klick-Hits. Ihre liebsten Sommer-Hits am 11. Juli um 20 Uhr. Der Weg war steinig und führte nicht immer nach oben. Aber die Amigos sind sich treu geblieben und zählen seit vielen Jahren zu den beliebtesten Schlager-Formationen überhaupt. In einem TV-Spezial sprechen die Brüder Karl-Heinz und Bernd über ihren Werdegang und lassen tief in ihr Innerstes schauen. Wagen Sie einen Blick hinter die Kulissen und lernen Sie das erfolgreichste Schlager-Duo aller Zeiten richtig kennen. Die Amigos am 18. Juli um 20 Uhr. Unfassbar, aber wahr. Stefanie Hertel wird 40 und genau an ihrem Geburtstag trifft sie auf Gute Laune TV-Kollege Benni Schnier. Denn es heißt wieder B-Treff Stars Talk News. Und Stefanie ist ein Star, kann hervorragend erzählen und hat jede Menge Neuigkeiten im Gepäck. Diesmal nicht im B-Treff-Stammlokal dem Roy, sondern am Strand in Feldwies am Chiemsee. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen B-Treff mit Stefanie Hertel. Am 25. Juli um 20 Uhr. Die Juli-Highlights auf Gute Laune TV.